Belohnungslager brauchen wir jetzt nicht. Hey, erschreck mich nicht so. Warte mal, jetzt mach mal hier das Leuchtfeuer. Auf geht's. Durch die Nacht. Oh, ich hab die Wölfe. Die jauen vor sich hin. Die wissen, dass ich unterwegs bin. Die haben Angst. Oder oben sind Gegner. Haha. Locker weggemacht. So. Warte mal. Hier ist ein paar Pfeile hier. Die Ziegen rennen hier die ganze Zeit rum. Laufen halt auch vor mich hin, gell. Anstatt einfach mal links ab zu biegen. Nee. Oh. Da sind Wölfe. Die jagen jetzt die Ziegen. Das ist mir egal. Können wir eigentlich das auch wieder herstellen? Ja. Gut. Attacke. Alter, rennen sie wieder weg, ne? Voll die Angsthasen, ey. Ihr wollt Wölfe sein. Nichtskönner. Rein in Nichtskönner. So. Was sind jetzt hier? Wie weit ist denn das? Oh, was ist denn hier los? Sind hier sauviele Gegner? Kann das sein? Hey, hey, hey. Alter, wie viel sind denn? Alter, der Bär verschreckt alle, gell? Ist ja geil. Ich will jetzt in die Höhle rein. Das interessiert mich jetzt, was hier ist. Uiuiui. 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 Äh. Wo bin ich denn hier, ey? Oh, hier ist, äh. Ist hier irgendein besonderes Tier? Ne, ne? Wo ist eigentlich der Bär hin? Hier rennen die Wölfe rum. Wow. Hey, hey, hey. Alter, was ist denn hier los? Oh, hey. 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 wo bin ich hier ist was los ja okay ist jetzt noch irgendwas besonderes für uns oder ist das voll für den Arsch hier komm halt her Junge wie sie halt keine Chance haben die Viecher gell komm halt immer wieder angerannt ne wow 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 hey 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 die machen wir jetzt alle nieder hier brennt jetzt hinterher ich wollte dich grad heilen komm mal her oh sie kommen wieder ich krieg euch alle passt ne auf hier los komm her wo ist einer da da kommt wieder einer oder hey komm mal her hier da ist noch einer so los komm her Alter wie viel sind denn das das hört überhaupt nicht auf ne komm wir hauen ab das sind zu viele hier das hört ja nicht auf das nehmen wir alles mal mit hier was ist hier ah brauchen wir glaub ich eh grad nicht oder ich glaub der Bär hat grad nen Wolfgetölle oder so hier ist irgendwo das Leuchtfeier hier unten ist es hier unten ist das Leuchtfeuer wow 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 so ah von denen sogar neue Rohstoffe verfügbar schön so holen wir mal die Eule zack der ist auch dort das ist einer der so viel aushält hier hey aua alter da fliegt er nur so weg der Typ so hier abkürzung ähm ah hier ist er gib mir mal eine Pfeile wieder hier irgendwo war noch einer da drüben liegt er da ist er her mit das ist voll okay äh ist hier irgendwo feuer ja da war noch feuer ach falsch ich mach aua 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 so nachtwaren leuchtfeuer sehr schön 8 von 16 8 von 16 haben wir doch schon die Hälfte so plus 3 bevölkerung jetzt haben wir 81 jawoll auch hier eine aussichtsplattform ich bin der könig der welt ok tschuldigung das war dumm ok da wollen wir mal hier zu der hingucken äh kann ich jetzt hier runter ach klar da geht alles wir sind irgendwo gegner da hinten da und da da und da der peilt das wohl gar nicht ah ja hat er gar nicht gecheckt oder was so mich verfolgt irgendwas jetzt nicht mehr was ist hier hier ist irgendwas hüllenlöwen und wölfe hey 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 lass mich anruf ah hat mein bär gesehen rennt er gleich wieder weg was bist du oh ein Schwein so wildschweinhaut so was müssen wir eigentlich machen ich weiß es gar nicht mehr was wir bei der machen sollen oder für die keine ahnung achso ja halt Mammut ne Mammut war es mal ein paar Pfeile hier beziehungsweise volle Munition am Pfeilen wieder machen so jetzt sind wir auch gleich da zack na egal der bär macht das schon schließe dich Jäger an um ein mächtiges Mammut zu erlegen die große bestie ähm da lang muss man hier oben das holz nehmen wir mal mit weil wir haben ja schon wieder Pfeile hier gecraftet das heißt heute ist wieder ein bisschen weniger geworden so da wollen wir mal schauen ob wir die das große Mammut hier einfach mal so zerlegen oder ob wir wie beim Elch erstmal sterben müssen werden wir uns wieder zu blöd anstellen wär ja nichts neues oh da oben ist hier jemand ach das ist ein der gehört zu uns stimmt wir sollen uns ja den Jägern anschließen stimmt ja Nazan Weidetal Ort entdeckt na hier ich wollte doch grad mit ihr reden ah jetzt gelanget zum Mammut okidoki ah ne da sitzt einer ich dachte da wäre irgendwas zum sammeln wo ist es denn da kann ich doch grad her hätte ich es doch gleich mitbringen können oh da ist es ja los komm her na los komm ok es kommt ok es ist sehr schnell es hat mein Bären getötet ach du scheiße oh Gott schnell oh Gott oh Gott ihr macht das schon warte mal kann ich meinen Bogen nicht anbrennen doch oh oh shit aua wo ist es? da ist es oh shit heilige Scheiße heilige Scheiße aua heilige Scheiße ey das fehlt alles ey weee du dir weißt du oh shit go oh shit oh shit heilige Scheiße Wie fällt denn das aus? Fuck. Scheiße. Jetzt haben wir es. Meine Fresse. Die große Bestie abgeschlossen. Das war aber auch mehr als anstrengend. Kann ich das Zeug mal hier einsammeln? Wie sieht es aus? Okay, Pfeile sind voll, aber meine Sperren, okay. Die sind wahrscheinlich alle kaputt gegangen dabei. Meine Fresse. Tut mir leid, Mammut. Aber Auftrag ist Auftrag, sozusagen. Gut. Aber das ist doch auch erledigt. Fähigkeiten haben wir vier. Was wollte ich eigentlich als nächstes machen? Eigentlich das hier, ne? Schalte meine Gegner nacheinander aus. Starte ein Taktum mit R3. Bewege dann L wie angezeigt, um ihn auf mehrere Gegner. Der, ne? Das ist geil. Das ist einfach, komm. Könnte manchmal sehr hilfreich zumindest sein. Doch, ja, dahin. Wir wollen ins Dorf zurück. Da fehlt uns doch jetzt eigentlich nur noch ein Mammut, ne? Dann können wir auch Seilershütte auch das letzte Upgrade machen. Bloß alleine so ein Vieh zu, äh, erlegen ist, glaube ich, echt, puh. Ganz schön schwer. Das war ja jetzt schon ein Krampf, ey. Wie sieht's denn hier aus? Yo. Ähm. Ja. Das nehmen wir auch. Das nehmen wir. Das haben wir voll. Wie sieht's im Dorf aus? Ja. Da brauchen wir jetzt noch ein Mammut. Und Schilf. Ja, okay. Das ist ja einfach. Äh. Hier fehlt ja eh das. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Nordschwarzstein. Naja. Sammeln wir alles auch noch. Hat denn die Jägerin jetzt eigentlich eine neue Mission für uns? Hier ist jetzt das Seiler rum. Hier war die Jägerin. Aber die hat grad keiner. Nee. Okay. Dann eben nicht. Ja, da ist ja jetzt grad nur noch das da. und hier unten. Sehr schwer. Blutfangsäbelzahn. Seh mit den Blutfangsäbelzahn bei Einbruch der Nacht. Es handelt sich um die selbe Beste, die deine ursprünglichen Jagdgruppe getötet hat. Das wäre natürlich geil, ne? Ich will eigentlich schon den haben. bei Nacht. Ja, da müssten wir erst mal schlafen, damit Nacht ist, oder? Ich hätte ja schon Bock auf so ein Säbelzahntiger. Aber, ähm, warte mal. Kann ich den schon? Jo. Jo. Geht. Oder? Hm. Wir schlafen jetzt einfach mal dass es Nacht wird und dann gucken wir mal, ob wir einfach mal ausprobieren. Mehrheit schiefgehen kann eh nicht. Würde ich jetzt mal sagen. So. Eigentlich sage ich immer guten Morgen, aber jetzt ist es eigentlich äh, guten Abend. Ja.